Sommer oder Winter? Sommer. Strand oder Berge? Strand. Abenteuer oder Entspannungsurlaub? Entspannung. Wer ist dein größtes Vorbild? Boah, Barbara Dunst. Instagram oder TikTok? TikTok. Elfmeter oder Kopfballtor? Eher Elfmeter. Film oder Serie? Serie. Schönster Moment in deiner Fußballkarriere? So viele, keine Ahnung, Gott. Wer hat den besten Style im Team? Linda Natter. 4 zu 3 oder 1 zu 0? 1 zu 0. Alexia Poteas oder Beth Mead? Alexia Poteas.